Hier haben wir eine weitere Seite, mit der man kostenlos, bis auf die kleine Arbeit natürlich, Bitcoins oder vielmehr Satoshi einsammeln kann. Das sind kleinste Teile von Bitcoins. Die Seite heißt Moonbit. Erstmal muss man hier den Cookie-Hinweis akzeptieren. Und dann kann man einmal mit einem SAPO-Wallet oder mit einem Direkt-Wallet, wo man einmal wöchentlich ab 10.000 Satoshi ausgezahlt kriegt, das wir hier reinsetzen. Also ich nehme immer das direkte Wallet, anmelden mit einer Adresse, einer Bitcoin-Wallet-Adresse. Man braucht keine Registration, dann kriegt man eben wöchentlich die Satoshis ausgezahlt. Ich gebe also meine Bitcoin-Adresse hier ein und singe in. Und dann muss ich hier ein Gacha ausführen. Große und gute Einschreibungen sind egal. Gehe auf Submit. So, und dann geht er kurz. Sie sehen, ich habe hier 18.000 Satoshi drin. War vor 6 Stunden, 15 Minuten das letzte Mal hier drin. Hier kann man einstellen, dass es klingelt, wenn man wieder sammeln kann. Ich sage jetzt Claim Now. Ich muss wieder den Computer-Charger eingeben. So, und wieder auf Submit. So. Und jetzt habe ich hier ein paar Satoshi dazu gekriegt. Es finanziert sich alles mit Werbung. Und gut, damit müssen wir leben. Also, das waren 608 Satoshi. Dann habe ich einen Bonus gekriegt. Also, von 29%. Referrals habe ich gar keine. Und ein Mystery-Bonus, der kann manchmal 80%, 90% sein. Also, ich habe 796 Satoshi bekommen. Das ist natürlich nicht viel. Jetzt kann man sich hier die Information angucken. In 5 Minuten gibt es 54. Das heißt, 12 mal 54 in einer Stunde wären dann 600 Satoshi. In 10 Minuten gibt es 98. Wenn man jetzt eine Stunde hier guckt, gibt es bloß noch 292. Wenn man einen Tag angibt, gibt es 918. 4 Tage, 1200. Eine Woche, 1400. 4 Wochen, 1900. Das heißt, je öfter man da ist, umso mehr gibt es. Dann gibt es den Daily-Bonus. Das ist, Sie kriegen 1% pro Tag mehr. Also, nach 2 Tagen 2%, nach 3 Tagen 3% und so weiter. Wenn Sie jeden Tag da sind. Also, innerhalb von 24 Stunden einmal die Seite aufrufen. Dann, wie gesagt, der Referral-Bonus. Also, wenn Sie jemanden werben, gibt es einen Bonus bis zu 100% für jeden Referral, der kommt. Und er muss alle 3 Tage einmal zumindest etwas machen. Ja, hier kann man noch Banner runterladen. Das war es schon. Und da sammelt man eben halt, so in der Woche schaffe ich vielleicht 25.000, 30.000 Satoshi. Das ist nicht die Welt, aber mein Violet füllt sich. Und dafür, dass ich nichts einsetzen muss, finde ich das ganz nett. Ja, das war es alles zu der Seite. Ich würde sie nicht zu lange offen lassen, weil sie frisst ganz schön Ressourcen. Mein Referral-Link steht unter dem Video. Wenn es Ihnen Spaß macht, melden Sie sich über meinen Link an. Dann habe ich eine Kleinigkeit. Einen schönen Tag. Ihr René Und dann geht es bis zum Berg.